Das PXS 7000 ist mit insgesamt 400 Klangfarben ausgestattet. Hier habe ich meine Schnellzugriff-Tasten für Pianos, E-Pianos und andere Klangfarben. Drücke ich diese Tasten mehrfach, kann ich verschiedene Unterkategorien der Klangfarben sehen. Es gibt noch eine andere Variante, wie ich die Klangfarben sehr schnell aussuchen kann. Bin ich in einem Klangfarben-Menü und drücke ich einmal auf Enter, kann ich direkt in die Untermenüs der entsprechenden Kategorien gehen. So habe ich hier zum Beispiel meine verschiedenen Flügelsounds Hamburg, New York und weiter unten Berlin. Oder die berühmten Best-Hit-Pianos, die ich direkt durchscrollen kann. Viel Spaß beim Ausprobieren! 2. 3. 4. 6.